Ah, wir gehen jetzt. Entschuldigung. Aber bitte, wenn es noch weitere Fragen gibt. Das ist eigentlich so viel. Bin ich noch da? Jetzt gibt es kein Problem. Es ist ein erstaunliches Phänomen, dass da in diesen psychologischen Bereichen und Richtungen werden die Juden der Artikdominanz. Hat er sich irgendwie erklärt? Das ist ein offensichtliches Problem, äh, Phänomen, ne? Tja, weiß nicht, hier. Schwierig zu sagen. An der Zeit, äh, kann man, meine Meinung nach, verstehen, auch weil Sie... Naja, vielleicht eines. Äh, die Juden sind ja gewöhnlich irgendwie Außenseiter. Und vielleicht kann man von da die Gesellschaft leichter, kritischer sehen, analysieren. Kann man sagen, ja, meine Meinung nach, eine Rolle bezüglich der Tatsache, dass eben viele sich mit der Psychologie beschäftigt haben und auch jetzt sich damit beschäftigen, ist eben, äh, besonders bei denjenigen, die zur orthodoxen Familie gehören, dass die besonders, äh, zugeneigt sind, äh, zur Interpretation. Das heißt, äh, aus der Bibel, genau. Aber auch eben die Tatsache, dass, äh, ihre Art und Weise von Interpretieren ist nicht eine monistische, sondern es ist immer so, dass je mehr Interpretationen man gibt, desto besser ist es. Das heißt, normalerweise wird gelehrt, man muss zu richtigen Interpretationen kommen. Bei ihnen ist es anders. Das heißt, ich war bei Sitzungen und kann, ähm, ich kann, ich war ja selbst überraschter, wie der Rabbiner oder die Studenten immer sagten, es könnte so sein, aber als Alternative könnte das vorgeschlagen werden. Oder vielleicht auch das, oder vielleicht auch das. Das heißt, es gibt immer einen Pluriperspektivismus in der Interpretation von der, vom Alten Testament, das eben befördert wird. Das heißt, es muss so sein. Das ist richtig. Es ist nicht, es wäre nicht richtig, eine einzige Interpretation zu haben, sondern es müssen immer viele Interpretationen geben. Und je mehr, desto besser. Und das vielleicht eben lehrt, äh, dazu die Dinge, äh, die Psyche auch als Buch auszulegen und so in einem Pluriperspektivismus der Interpretationen darzulegen. Das ist meiner Meinung nach eher der Fall bei Freud als bei Adel. Wenn er interpretiert die Träume oder wenn er interpretiert die, ähm, die Krankheiten, die Symptome, psychischen Symptome der Krankheiten der Patienten, erinnerte er mich wieder wirklich an die Art und Weise der Interpretation im theologischen Sinne von der, von der, von der, von der Rabbinerschule. Das erinnerte er mich formell gesehen, nicht inhaltlich gesehen, aber formell gesehen, äh, äh, erinnerte er mich wirklich sehr viel. Das gilt für Freud, denn er war, er gehörte eher zu einer orthodoxen Familie. Das heißt, Adel war hingegen komplett Agnostiker. Man kann nicht sehen, bei ihm eine tiefe Verwicklung, Vertiefung oder Bildung in der, äh, in der Tradition der Interpretation der Rabbinerschule. Aber bei Freud ist das meiner Meinung nach schon anders. Das heißt, bei Freud kann meiner Meinung nach, äh, etwas wahrnehmen, der Art und Weise der, ähm, Interpretation und auch der, dass wirklich die Interpretation von etwas nie zu Ende kommt. Das heißt, ein Mann hat diesen Eindruck bei dem, besonders bei der Traumdeutung, das praktisch immer wieder die Perspektiven sich verrößen, und sie verkomplizieren, dass die besonderen Reiten immer wieder mehr und mehr integriert werden, im komplexen, ganzen Komplexen. Das gilt eher aber für Freud als für Adel. Bei Adel habe ich, bei der Richter habe ich nicht diesen Eindruck gehabt. Aber bei ihm, bei Freud würde ich jetzt sagen, so. Oder, bei der Richter habe ich nicht den Eindruck gehabt. Ja. Den Begriff Therapeutischer Nihilismus. Der? Therapeutischer Nihilismus. Ah, ja, natürlich. Das heißt, das wirft man also der Wiener medizinischen Schule vor. Ja. Die also nach dieser Aussage oder Kritik eher an der Diagnose interessiert sein soll als an der Therapie. Ja. Das könnte man, sieht man Freud vorwerfen vielleicht. Ja, bei Freud ist es so. Das heißt, bei Freud hat man diesen Eindruck. Ja. Manchmal zumindest, das ist ja, was habe ich vergessen. Das, das, ja, bei Freud ist es so. Das heißt, dass ich der Tat, zumindest, das ist mein Eindruck. Denn manchmal frage ich mich, was hätte von der Traumdeutung auch vom Traum, das er analysiert, der analysiert in der Traumdeutung der Patient verstehen kann. Das heißt, wie er dann zur, zum Heilung prozedieren will. Das heißt, bestimmte Träume öffnen so eine Perspektive, die man sich fragt, ja gut, und dann, was machen wir mit dem Patient? Das ist das Problem. Das ist etwas, das meiner Meinung nach ohne Zweifel bei Freud immer wieder zu finden ist. Ja, wirft mir das nicht überhaupt der Psychoanalyse vor, dass alles erforscht wird von A bis Z und dann ist es aus. Das ist so eine Zweifel bei Freud ein Problem. Bei Adler, ja, der versucht immer, wie gesagt, unmittelbare Lösungen zu finden. Das heißt, er will nicht zu unendlichen Analysen fortgehen, übergehen, denn sein erstes Problem ist der Kranke. Und wie er am schnellsten der Kranke zumindest zum Leben, zu einem irgendwie normalen Leben wiederführen kann. Das ist das Problem bei Adler. Bei Freud manchmal habe ich den Eindruck, zumindest in dem, was ich gelesen habe, dass er irgendwie die Kranken verwendet insofern, als er die Kranken studieren will, um seine Theorie zu erarbeiten. Das ist eher den Eindruck, den ich habe. Ja, natürlich. Natürlich. Denn die Analysen sind so großartig lang, ausführlich, dass man, ja, und was mache ich jetzt dann mit den Patienten, aber was mache ich, das habe ich immer gefragt, ja. Ja. Es ist natürlich zu Frauen, wie weit diese sicher interessanten Ergebnisse von Sigmund Feil kulturgeschichtlich interessant sind. Natürlich, natürlich. Archäologe oder interessiert, aber da versiert in den antiken Kulturen anscheinend. Ja. Das ist vielleicht ganz zielfältig. Ja, natürlich, ohne Zweifel, in Freud, bei Freud haben wir immer eine Interpretation, eine globale Interpretation, das heißt, er hält sich nicht beim Patienten auf, sondern interpretiert auch die Mythologie der Gesellschaft und die Art und Weise auch, wie die Gesellschaft über sich selbst reflektiert, die Bilder, die sich eine Gesellschaft gibt, droht dem Tabu auch, aber nicht nur natürlich. Dieser Ansatz fehlt bei Adler. Dieser Ansatz fehlt bei Adler. Er ist vielleicht eher Arzt als Philosoph. Freud ist schon Philosoph, vielleicht eher als Arzt, man würde sagen. Das ist ein großer Denker. Ich bin zu den Zweifel, immer sehr komplex, immer sehr auch sehr interessant, sehr mitteinbeziehend, aber mehr Richtung von der Interpretation auch der Geschichte als in Richtung zur Heilung von der einzelnen Person, würde ich sagen. Was bedeutet oder wie kann man den Begriff Todestrieb erklären? Todestrieb ist soweit ich weiß wird auf das Konzept das Freud erarbeitet hatte auch nicht nur aber auch natürlich unter dem Einfluss vom Ersten Weltkrieg das heißt Eros und Sanatos Liebe und Tod wobei eben Liebe und Tod beides in uns sein würden wobei eigentlich eben der Tod eine Rolle spielt der Tod im Sinne nicht nur Tod des Individuums sondern Tod wie Tod Trieb Trieb zum Tod Trieb zur Zerstörung Trieb zur Zerstörung der das wird auch gelesen Zerstörung Selbstzerstörung und Zerstörung zusammen sagen wir viele nach Vernichtung nach Ja genau aber ich glaube es hängt auch mit der Theorie von Freud vom Unbehagen der Gesellschaft der Zivilisation das heißt dass wir ja zivilisiert sind aber das kostet uns Mühe es ist eine Mühe zivilisiert zu sein deswegen eine Sublimierung aber auch sozusagen ein Überbau ein Überbau Überbau eine Art von Kontrolle durch das Überrich ein Aufbau von Struktur vom Überrich wobei eigentlich das ist eben zur eine zerstörische Kraft von Impulsen eine kontrollierbare Kraft von Impulsen welche in sich selbst auch die Zerstörung hat ist und das ist das was für uns eigentlich dieses diese Wahrnehmung von Unbehagen der Zivilisation ist die Zivilisation ist etwas das eben das es kontrastiert diesen Todestrieb Zerstörungshaft drüber magmatischen Kraft von Impulsen welche nicht alle von der Zivilisation akzeptierbar sind sondern welche verdrängt werden niedergeduld werden zum Aufbau der Zivilisation aber da das immer in uns ist das kreiert eben das was wir eben als einen Sinn von Missmut für die Zivilisation aber etwas in uns akzeptiert nicht die Zivilisation denn eben die Struktur von diesen Trieben ist etwas das blockiert wird von der Zivilisation und deswegen perzipiert die Zivilisation mit Unbehagen mit Missmut mit Missvergnügen mit Abneigung Ja genau und über mich Ja Ja das eben auch an die Struktur der in der Widerseele bei Platon erinnert Freud hatte Platon studiert Vater die Republik insbesondere und die Struktur des begehrenden Teils welche eben alles wünscht für sie ist so eine Kraft von Wünschen von super egoistischen Wünschen welche auch die Zerstörung von anderen mit einbeziehen erinnert sehr an die Art und Weise wie Freud dass es innerhalb von der Einführung zur Psychoanalyse beschreibt das heißt diese Sphäre von super egoistischen grenzenlosem bekehrt die auch eben Zerstörung von anderen aufweisen Neu Sie haben letztens über Plato gesprochen und über die Ideen die vielleicht da haben die haben ja die Ideen Ja, es ist so interpretiert worden. Die Essenz, sozusagen, oder wie das auch immer benannt wird. Ja, es ist so interpretiert worden, in der Tat. Zunächst einmal, die Beend, denkt man irgendwas als etwas Nebuloses, nicht? Nein, nein. Nein, es ist interpretiert worden, wie das, sagen wir, die Struktur der Hinhalt selbst der Eigenschaften. Das Wesen der Eigenschaften. Der Kern, der macht eine Eigenschaft zu dem, was die Eigenschaft ist, oder eine Entität zu dem, was die Entität ist. Ja, ohne Zweifel ist es eine Art und Weise, die platonischen Ideen auszulegen. Zwar ganz legitim. Nicht die einzige, aber eine, ja. Es ist eine Interpretation, welche Platon sehr eng mit Aristoteles schon verbindet. Das heißt praktisch, Aristoteles hätte dann mit dem Wesen dasselbe gesagt als Platon, nur mit anderen Wörtern. Mit anderen Vokabeln. Aber praktisch, Platon und Aristoteles haben dasselbe gesagt. Und Aristoteles nur wiederholt, was schon Platon durch die Ideen gesagt hat. Ja, ohne. Ente Lechie und Aristoteles. Ja, ja auch, aber wir reden, dass die Auffassung von Tiesti oder von Totienei. Das heißt, das Was-Was-Was-War, die Auffassung, das Wort, die Bezeichnung, welche Aristoteles benutzt für das Wesen. Das Was ist, oder das Was ist, was es war, sind diese Formen, sehr komprimiert die Aristoteles benutzt für das Wesen, für die Essenz. Und in diesem Sinne, ja, natürlich, Platon unter dieser Interpretation hätte schon praktisch alles gesagt bezüglich der Essenz, was dann Aristoteles mit seinen eigenen Wörtern, Vokabeln, Bezeichnungen dann gesagt hat. Ja, ohne Zweifel. Steht hinter Alfred Adler irgendein Philosoph oder irgendeine Philosophie? Er zitiert manchmal Nietzsche, aber nicht, würde ich nicht so sagen, dass... Ich glaube, der Wille zur Macht, oder? Der Wille zur Macht, ja, für das Geltungsstreben und der Wille zum Schein eben für die Anerkennung. Das heißt, dass man zum Vorschein gebracht wird, praktisch. Ja, das ja, ich könnte nicht sagen, aber er sich in die Philosophie wirklich vertieft hatte. Ich fühle etwas, aber zitiert habe ich nicht so wenig, nicht so viel gefunden. Rousseau, bis jetzt ist mir nichts passiert, aber ich habe den Eindruck, dass er etwas mit Rousseau zu tun hatte. Ich habe mich gefragt, in der Bibliografie habe ich, muss sagen, nicht gefunden, er sei, er positioniert sich wie Rousseau. Das habe ich nicht gefunden, bis jetzt. Natürlich, die Bibliografie ist sehr groß, aber bis jetzt habe ich nicht gefunden. Naja, wir müssen Ihnen danken, er sagt... Bitte sehr, keine Unsachen. Auch unter Überstunden. Nein, nein, keine Unsachen. Nein, das ist ein Honorar, da ist er zu vergessen. Kein Problem, wirklich. Aber ich kann natürlich auch immer angesprochen werden durch Internet, das heißt, Sie haben dort. Leider in diesem Semester werde ich... Dieses Semester werde ich leider nicht mehr da sprechen können, aber in Urania oder in Itzing, Landstraße, ja, das ist im Programm von University Miss Public, werde ich... Oh, jetzt das nächste Zusammentreffen ist am Mittwoch, der 30. Das ist der, aber in Meidling, wo Max ja nur, aber das ist über Hobbes. Hobbes, Thomas Hobbes. Ganz anderes. Ja. Ja. Meidling ist ja hauptsächlich Physik. Ja, genau, genau. Genau, die wollen auch ein Programm über ein Studium-Generale für Physik jetzt auf die Beine stellen. Aber in Meidling, ja, in diesem Semester werde ich sowieso vier Male sprechen können. Das heißt, die haben etwas für die Philosophie sowieso besser. Ich habe nicht damals, so wie Sie mir überlegt haben, weil es im Hauptgebäude zu eng geworden ist und wie Sie da auf der Schönbrunner Straße auch ein bisschen ausgewichen sind, hat der Direktor, also der Leiter der Bauhäuser betont, dass Physik überhaupt einen Schwerpunkt ist. Ja, 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 ohne Zweifel. Interessant ist ja zum Beispiel eins, dass die Wirtschaftsuniversität also kaum auftritt. Ich habe es einmal gesehen. Entweder glauben die Leute, dass sie vor allem das mehr verdienen, ja, oder ich weiß es nicht. Ich weiß es selbst nicht. Eine einzige Veranstaltung habe ich mir erlebt. Das ist schade. Gut, die Uni ist selber meines Erachtens total überlastet, ja, von Räumlichkeiten und Studenten. Aber das heißt ja nicht, dass die dötigen Lehren und Forschenden sich mehr an den Studenten annehmen. Das nehme ich ja eher nicht an, nämlich in dem Asmus, in dem Sie noch nicht sind. Nein, 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 nein. Habe ich gesagt, ich komme hier einfach nicht, wenn ich bin. Diese Dinge sind immer offen, die sind hier total allein. Aber es ist unser Konkurrenz, der kommt nicht mehr. Ohne Sprache. Das ist auch relativ primitiv, ja. Nicht, dass es auf einem gewissen Ding leicht zu lernen ist, ja. Aber vom Sprachaufbau her ist es primitiv. Englisch. Ja. Ja. Da meine ich aber nicht das Pitchel-Englisch, oder das Kinesierte. Aber Englisch ist von der Sprachwissenschaft her, ist primitiv. Mhm. Hat eine relativ große Ähnlichkeit auch mit Plotdeutschen. Mhm. Von dort her kann man ja das entweder. Ja. Aber es ist halt heute so, dass in den meisten Zweigen Englisch in der Wissenschaft eine Notwendigkeit ist. Mhm. Es gibt ganz wenig Zweige, wo eine französische Rolle spielt. Und bei Deutsch weiß ich nicht, ja. Ja, Chemie, soweit ich weiß. Chemie war... Es sind die Zeitschriften auf Deutsch noch wirklich sehr konkurrenzfähig, soweit ich weiß. Zumindest bis vor einigen Jahren, das hat er mir ja gesagt, einige Kommilitonen, die Chemie studiert hatten. Die, ja, Chemie ist etwas, das noch auf Deutsch weiter praktiziert wird. Obwohl natürlich Englisch sich als sogenannte, sagen wir, als eine Lingua Franca sich imponiert hat. Englisch. Das heißt wirklich wie eine Art von... Ja. Das ist ja nur von der Wertigkeit her, ja. Ja. Ich meine, Italienisch ist sicher nicht wichtiger, weil es eine ganz andere Sprache, oder? Ja. Ja, Italienisch hat... Ist das wichtig für diejenigen, die bis zum Renaissance studieren und dann leider wird aber... spielt keine Rolle mehr. Und deswegen... Ja, ja. Wenn immer weniger diejenigen, die Italienisch lernen sollen und wollen... Nein, das ist ja nur von der Sprache. Ah, ja, ja. Da liegt eine Kultur dahinter, da liegt ein Bild, da liegt ein Bild dahinter. Ja, in diesem Sinne, ja. Mir ist schon eines klar, wenn man Englisch-Tiefe einsteigt, dann wird es schwierig. Mhm. Aber, äh, wenn man sozusagen in den Lateinteil von Englisch einsteigt, da gibt es ganz wenige Engländer in der Mitte oder in der Mitte. Ja, na, natürlich, ja, ja. Natürlich. Ja, ja. Natürlich. Das heißt, äh... Ja, und Amerikanisches sowieso, ja, eigentlich auch, genau. Ja. 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 Davor wollten alles ausdrücken, ja. Ja, Amerikanisches tendiert noch zur, noch mehr zur Vereinfachung der Syntaxe und der Ausweisung des Englischen, ja. Ohne Zweifel. Danke sehr. Hatten Sie noch Fragen? Bitte. Ich stehe so vor. Danke. Danke. Es war ja gut, dass jemand herein wollte, weil sich dann so nicht so... Ich habe nichts mehr zu tun. Ich war frei, weswegen. Das einzige Problem ist, manchmal werden wir immer weggejagt von den Personen, die kommen, aber heute wahrscheinlich findet nicht mehr eine... Ja, ja, ja. So, das ist gut, denn es ist, ich finde immer sehr, sehr stressig, wenn man nur diese Zeit hat und dann weggehen muss und alles befreien und so. Also, das finde ich wirklich am angenehmsten, denn man kann nicht ein bisschen diskutieren und das ist wirklich schlecht. Aber, nein, heute sind wir ja wirklich glücklich gewesen, denn es war frei. Ist gut. Ich bin nicht mehr glücklich. 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 Ich bin nicht mehr glücklich.